Wir sind im Backstage-Bereich des Area 4 Festivals und hier treffe ich Ross und Tom von den Editors. Und ich habe dich letzte Mal gesehen, dass du dein neues Rekord ausgesucht hast. Und jetzt hast du mir gesagt, dass es das Ende des neuen Rekords ist, weil du die ganze Zeit tournest. Was ist passiert? Wir haben viele Shows gemacht. Ja, wir haben heute noch fünf Shows gemacht. Was haben wir gemacht? Wir haben viele Gigs gemacht. Wir haben alle über die Welt gemacht. Ein paar Mal. Wir haben viel zu Deutschland. Ja, du warst wirklich. Wir haben ziemlich oft getroffen. Was war wirklich ein spezielles Moment während der Tour? Ich weiß nicht, seit einem Jahr, seit einem Jahr sind wir auf der Straße. Was kommt in deinem Kopf, wenn du über das letzte Jahr denkst? Wir haben viele schöne Shows gemacht. Ich weiß nicht, ob ich einen wirklich kann. Kannst du einen? Ich habe eine lustige Erinnerung. Wir haben Januar in Australien und New Zealand. Das war eine wirklich gute Tour. Wir haben ein Show in Tel Aviv, das war sehr memorabel. Wir hatten viel Druck, um es nicht zu tun zu tun. Und auch, um es zu tun zu tun. Es war eine komplizierte Sache. Und das war einer der most memorabelsten Nights in unserer Leben als Band. Ich glaube. Ja, viele gute Shows. Aber diese zwei kamen in meinem Kopf. Ja. Ja. Aber du bist noch sehr gesund. Wie fühlst du, nachdem du so viel Tourismus gefühlt hast? Ich bin gut. Was kann ich sagen? Wir sind alle gesund. Wir joggen. Okay. Und jetzt hörst du ein perfektes Festivalwetter im Area 4 Festival. Wenn du zu einem Festival fahren, ist das für dich daily Arbeit? Oder ist es noch etwas Besonderes? Nein, es ist cool. Es ist immer interessant, zu sehen, was das Festival sein wird. Ich habe keine Ahnung, was es heute wäre. Und es ist nur eine Szene, und jeder ist es. Es ist ziemlich schön. Es machte eine Veränderung von vielen verschiedenen Szene, und die Leute nicht entscheiden, was zu sehen. Sie sehen alle die Bands. Und du sagst, du hast fünf Shows left, also das ist einer der letzten fünf Shows. Ist das wie, wenn du in Athletik bist, die letzten 50 oder 100 Meter sind, und du hast alles, was du hast? Oder ist es eher, dass du ein bisschen burnt out bist? Wir sind nicht burnt out, denn es sind die Sommerzeit-Festivals, wir sind nicht konstant, also haben wir die Woche off, und dann die Wochenende. Wir fühlen uns auf jeden Fall, wenn wir alle Wochenende kommen. Ende der Wochenende, wir können ein bisschen hungover sein, und brauchen ein bisschen recuperation. Aber ich würde sagen, es war eher eher nach dem Ende des Termes, in der Schule, als als ein Athletiker. Aber dann hast du die Exams, bei dem Ende des Termes. Oh ja, das ist eine gewisse Schule, wo du keine Exams hast, wo du einen Rekord anstattest. Okay, so, was wird nach diesen fünf Shows passieren? Willst du auf vacation gehen? Willst du direkt in das Studio und arbeiten auf neue Materialien? Oh ja, wir brauchen ein paar Songs zuerst. So, wenn wir ein paar Songs zusammen bekommen, werden wir ein paar Songs, und wir arbeiten an denen, wo auch immer, wo auch immer. Wie Shakira. Ja. Wie Shakira? Was ist es? Wo auch immer, wo auch immer. Okay, also keine vacation? Oh ja, vielleicht. Ja, ich glaube so. Wir leben nicht in der gleichen Haus, oder Stadt, oder Land. Also, wir gehen nach Hause, und ich schreibe, und das mache ich, um zu relaxen. Aber das bedeutet, ich kann nicht ein Holiday, und ich habe noch nichts geplant. Aber ja, es ist einfach, es gibt keine Zeit limit, auf dem nächsten Rekord. Wenn es bereit ist, wird es bereit, und dann wird es. Du bist noch in New York? Ja, das stimmt. ich gehe zurück auf den Montag, nach diesem Wochenende. Das wird cool. Das wird ziemlich ein Veränderung, von Lüdinghausen, wo das Area 4 Festival ist, das ist mehr oder weniger in der Landseite, und dann in dieser überwählenden Stadt. Was werden Sie erst, wenn Sie nach Hause kommen? Ich weiß nicht, ich werde ein gutes Essen gehen, gutes Fleisch, Reibs, Chips, ja, Fries, Coleslaw. Ja, und ein paar Drinks. Great.